Der Weiland Elektronik VED Exklusiv ist das Top-Modell seiner Baureihe. Der vollelektronische Durchlauferhitzer vereint ausgezeichneten Warmwasserkomfort mit komfortabler und vielseitiger Bedienung. Dank vollelektronischer Leistungs- und Wassermengenregelung erhitzt der Weiland Elektronik VED Exklusiv bis zu 16 Liter pro Minute, die ohne Temperaturschwankungen abgegeben werden. Selbst beim Öffnen einer zweiten Zapfstelle bleibt die Wassertemperatur konstant. Die Wunschtemperatur kann über das beleuchtete und intuitiv bedienbare Klartext-Display gradgenau gewählt werden. Außerdem können gespeicherte Wunschtemperaturen abgerufen und der Verbrühschutz aktiviert werden. Die mitgelieferte wasserfeste Funkfernbedienung bietet diesen Bedienkomfort sogar flexibel an jeder Entnahmestelle. Ebenfalls per Display und Fernbedienung abrufbar der innovative Energiemonitor. Er erlaubt den Abruf des aktuellen, des monatlichen und sogar des Jahresenergieverbrauchs. Dank seiner Messfunktionen und der effizienten vollelektronischen Regelung wird der Kauf des Elektronik VED Exklusiv von der Gesellschaft für Energiedienstleister mit 100 Euro Zuschuss gefördert. Die geringe Tiefe von nur 99 Millimeter und ein dezentes, modernes Design erlauben die harmonische Integration in jede Badumgebung. Der Elektronik VED Exklusiv ist zudem durch die Verwendung hochwertiger Materialien extrem langlebig. So ist das Gehäuse aus UV-beständigen Kunststoff nicht nur robust, sondern alterungsresistent. Der Elektronik VED Exklusiv. Zeitlos schöner Komfort. Der Elektronik VED Exklusiv. Zeitlos schöner Komfort. Der Elektronik VED Exklusiv. Zeitlos schöner Komfort.